Wir haben nämlich auch einen Geheimplan. Ein sehr geheimes Geheimtreffen mit geheimen Geheimplänen. Wir werden die Steuern senken, wir werden den Grundfreibetrag auf ca. 16.000 Euro anheben. Und wenn wir regieren, werden wir die Pendlerpauschale dieser 20-Jahr-Grund verändert, irgendwo bei 30 Cent um Dünbe auf 50 Cent. Damit sich Arbeit auch wirklich in diesem Lande wieder lohnt. Und die Menschen, die den Karre in ihr ziehen, sich Arbeit auch wieder leisten können.